Ich stehe ja genau im Wind, ich krieg der ganze Haarler gleich mit Sie. Ja. Kannst du gerade auch noch Fotos machen? Klar. Ja, ja, sicher. Machen wir. Ich muss mal kurz hier filmen, wie es kneit. Ja. So, jetzt alle hinlegen. Ein Beispiel für Chats. Man ballert, ne? Die kämpft, ne? Die kämpft, die Dose kämpft. Geh mal ran, guck mal nach, ob die noch drin sind. Ja, das war es doch schon. Geht mal einer gucken. Das war jetzt also wirklich nur eine kleine Haarstrecke.